und bob wie gefällt dir die schlange so ja also die schlange die ist jetzt nicht unbedingt meins gewesen aber das ist ja toll wir haben jetzt doch eigentlich inklusive erlebnis und damit herzlich willkommen zurück guten abend guten morgen und dann noch den jürgen den dicken jürgen dahinter ja jürgen lachen kannst du eigentlich das hat sie wollen brennt unser haus kommen ja brennt unser haus kommen ja hier ist ein dodo das so kann ich mich an dodo ist eliminiert worden 9 hat jetzt ein kuschelt hier schläft er hat sich einschlafen wird willst du es jetzt also ja das ist im bett drehen auf jeden fall haben wir in der letzten folge uns ein bett gebaut damit wir wenn wir sterben direkt das wollen und nicht dass unser ding ist es kaputt geht in der letzten folge wollte ich von einer schlange angegriffen und ich dachte mir so ok warum auch nicht weil die schlange hat doch ein gut war durch den gegend ist so stückweise jetzt passen lasst ihr mal wieder monster killen würde ich sagen ja wir haben nämlich den x gewinn mal drei gemacht das heißt wir kommen jetzt ein bisschen schneller hoch weil wir wollen jetzt nicht unbedingt ewig vierkarte lex bei mir schon ein bisschen rum jörn der geist ein dass wieder irgendwie ja du leckst ja du leckst wirklich ja nein ich sag nicht doch doch du leckst natürlich ist es riesen wieder ich weiß ganz große ganz sicher ist es okay ist okay das sind ganz viel hier hoch hier hoch da kommt es nicht hoch ist gar nicht schön es kommt die mir hoch oder bitte sagt es kommt nicht doch es kommt nicht hoch als so dass du das tut oder er ist doch nicht das löstlich ist es flüchtet es flüchtet kommt das gibt uns richtig nice easy ich bin gleich er brand level 9 habe ich kühlt aber an der nie aber rand ist sozusagen die dinge sind das t wenn ich hier rein muss gleich das ganze flasch wieder sollte auch gelaufen okay rohes filet ich habe groß verleger ich glaube ich mache alles auf gewicht mit dazu leben kann man später noch machen habe ich daran punkten habe ich nicht ich bin bei lab ich habe für lehtops kann ich mir neues machen kann ich irgendwas neues cooles machen bitte sagt dass ich irgendwas nur das was ist ein keratin kerasin keratin ist auch so was das auch so was ähnliches sind diese schuppen oder so müssen doch mal wissen doch wissen doch leute hier lassen wir noch dino sie können also doch der dinos kühlen ja wahrscheinlich jetzt wieder alle pfeile aufgehoben die ich produziert habe oder auch ich habe betäubungspfeil munition und der herr wasser eben einfach so ein dino von oben runtergefallen was ja bei mir hat man so gesehen das ist der dino von hier oben sind kleiner da den kleineren und nicht den großen ich glaube der große kräftensahn wollen wir mal den wir mal den wie teratops das sind die drei heutigen also die ja dann lass den lassen ich glaube der teratops schon irgendwie böse aus lass den da lass den hier die ist glaube ich auch aggressiv ja lass mal irgendwo einen save spot suchen nach angreifen würde ich sagen das ist den hier einfach angreifen yolo aber entweder 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 du musst einfach es bei man hier keine ahnung als krieg bixby auch draus naja ok man kriegt ich glaube ich auch ob es auch nur nur von kiln oder auch hier von was zur hölle bist du führen ja das sieht ja mega komisch aus mit dem licht was dann aber rand dodo helder aber ich war level kurz ich level kurz ich level kurz was ich machen was soll ich machen ich habe gewicht ist gleich am besten jetzt erst mal wieder rausgesprungen geil ein oder nicht weglaufen ich brauche die effe von dir das kann ich jetzt genau holztür kann ich machen holztür holzrampe holz schild hier ist voll auf dem holzweg wie kann man so eine plattform machen so eine plattform holzwindowall ja du kannst ein fenster mal holzaufstieg schräges holzdach ich will eine plattform adobe triangle schießpulver leichtpistole latsch wurden weil heute jeder hut hier müssen warte damit wir eine plattform ich glaube die ist ein bisschen größer ich weiß nicht wo müssen wir denn hin ähm compost bin was ist adobe dings lehmwand ach so lol lehmwand soll ich eine lehm foundation machen äh ja aber wollen wir nicht gucken dass wir doch lieber stein haben oder so stein braucht noch das tolle kann man damit was abschließen um die umgebung für einen moment zu beleuchten was fundament aus lehm es ist 15 15 glaube ich eh warte mal wie kann man auch holz ich mach mal holz weil ich noch ein holz dings hat eine holzplattform da kann man eigentlich ein holz nicht plattform sondern holz foundation oder was ist fundament da fundament hab hab gelernt jetzt auch fünf weil ich habe ich spare mir die fünf noch ich habe eine wood store also ein holz noch kraft aber da kann ich gleich noch mehr kraften ich glaube ich kann da gleich mehr lernen oder wenn ich mich nicht komplett täusche ich möchte da hoch komm mit da geht's ich glaube da geht's hoch kann man das sachen kraften und da gibt es hier irgendwie sachen ist wieder ein dodo xl woodwall so eine xl woodwall kann man dings platzieren leitern ja das ist das recht kann kann man das weiß ich nicht naja lass uns gucken aber lass uns erstmal den bär hier töten ich glaub der gibt gut dp wo ist ein bär warte hier bei mir ok jetzt kann ich jetzt wieder bewegen warte hier kann man irgendwie betäubungsfeil rein machen kann man das irgendwie ändern nee oder er kam wer kam der ist tot der ist übelst stark ich hätte doch rüstung eigentlich oder ich lass mich in Ruhe wow nein ich bin tot ach tobs ich hasse dich wenn ich jetzt nicht beim bett respawn kann ich nicht ich glaub der ist cool dann oder ist der cool dann drauf mhm ok ich bin äh lake 1 aber wir sind lake 1 musst ihr merken lake 1 sind wir ja lake 1 und da ist wieder mein fenster gewesen weil es einfach verdammt heiß ist und ich sonst schwitze wenn ich das fenster nicht aufmache äh ich weiß wo ich weiß wo ich bin ich weiß auch wo ich bin ok ist schonmal gestorben von der schlange ja musst aber aufpassen nicht dass du die schlange erweckst und dann wieder zu unserem dingsloks weißt du weil das ist gefährlich mhm aber die schlange ist glaub ich nicht mehr da es gibt es über dem see oder so geschwommen oder so ok hast du deine items wieder äh ich hab meine items ja ja meine sind ein bissl weiter vorne ich war's aber nicht weiter weg als dich oder ich bin weitergrenzt ach so irgendeine ruhigkeit bam 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 auf einmal sind hinter mir gestanden ich bin jetzt raus äh der grüne dings ist voll scam was ist in grünen dings bin ich einmal gestorben aber jetzt 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 mein strahl raptor glaub ich genau so rum er kann sich unterscheiden ob es raptor oder irgendein anderer dings ist egal tobias ja da vorne bin ich gestorben wir greifen einfach keine dinge sind keine renne sie ist nicht eh welche level die sind ja schon level 3 bis 10 geht loll bis erschöpft loll hat der dings tino retten nieder der dino was ist tot ne hast du dein zeug wieder oh so kann ich es gleich es fallen muss alles wieder rüber geben na ttt muss nehmen kannst du einfach schnell die sachen rüber soll okay war nicht groß jung kann man mit ich möchte doch mal lang gehen ich möchte mir das äh sozusagen mal anschauen wie es aussieht wo bist du dann also ich finde diese 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 felswelt finde ich einfach so wunderschön ich bin hier lass mal jetzt ein holzhaus bauen ja komm halt aber wollen wir uns nicht vielleicht woanders was bauen das sind so zwei äh betten oder so sagen wir es würden nicht dass wir im selben ort sind ja 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 ich ich kann zwei betten warte mal hier ne das ist eine fliege das ist keine fliege das ist nur ding das ist eine fliege nein das ist eine fliege das ist das gilt auch zu fliegen da gehen wir nicht lang da sind noch mal libellen ja nicht runter gehen da ist ja einfach von neulich das war der aus der zweiten Folge oder wo ja ja das ist ja nicht oh oh renn renn ich glaub die kommt mal her hast du die wirklich angelockt jörn weis ich nicht ne 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 die renne wow oh 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 ich hab Angst du sie hilf mir hilf mir Jörn ich kann nicht helfen Tops der ist Level 19 warum kommt der hier LOL Tops warum kommt der zu mir aaaaaaaaaaaaaaa Weißt du, ich renne so, auf einmal springt der über mich drüber. Ich denke mir, oh was? Was haben die denn für eine Range, Alter? Junge, die müssen doch so eine Nase haben, wenn du... Du bist mir doch ein Witz von Spiel. Warum? Wo bist du? Ich fuhr direkt bei den anderen zwei reingeportet. Ich habe reingespawnt. Sehr gut, so. Ist nicht gut. Kannst du wenigstens weglocken? Ich weiß nicht, ob das überhaupt der... Nee, das war nicht mehr der Platz. Da war nicht mehr der Platz, okay. Hey, wo bin ich denn gestorben? Doch eh da vorne, oder? Ja. Warum sieht dich so aggressiv? Keine Ahnung, wahrscheinlich eine schlechte Erziehung oder so. Sie werden zu Hause bestimmt irgendwie... werden sie bestimmt nur mit Brokkoli gefüttert oder so. Heißt du? Ich bin jetzt bei meiner Leiche. Bin auch gleich bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Viecher nicht da sind, dass sie sich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigen. Hey, hier ist keine Leiche über den grünen Strahl bei mir. Ja, da ist auch keine Leiche. Da gibt es manchmal, wenn die... Die fressen dich ja auch. Achso, nee, das war da runter. Und ich meine, kein Backpack. Das war direkt, das war unterm Stein. Und was auch immer da sein. Bitte dich. Ich möchte einfach nur mein Zeug haben. Damit ich einfach... Ah, so. So. Jetzt, weil ich was rübernehme, kommt irgendwie so ein komisches Dings. Natürlich stehen... Natürlich steht der Alpha mit seinen drei... Mit seinen zwei Gefährten da. Und weil ich das alles... Direkt neben meinem Stuff. Könnt ihr vielleicht weggehen da? Oder kann jetzt nicht vielleicht die Schlange kommen und die killen? Oder die killen die Schlange? Ah. Ich hasse euch, ihr Drecksviecher. Mann. Will mein Zeug wieder haben. Ich hab lange dafür trainiert, das Zeug zu kriegen. Ich hab da ja... Tops, die rennen mir schon wieder nach, Tops. Ich hasse euch. Wieso? Ich hab die... Ich hab die jetzt nicht... Ich hab die jetzt nicht gelockt. Ich hab die jetzt nicht eingelockt, Jörn. Hast du jetzt weggelockt? Sieht nicht so schnell wie ich, wenn ich renne. Die Noobs. Wollt du fighten die mit dem anderen, glaubst? Mein Gott. Ja. Ja, ich hab sie auf den Dino gelenkt. Nice. Du musst ja immer, wenn ihr ab und nachrennen, direkt zu den Dino oder so hinrennen. Dann gehst du den Dino, nicht dich. Okay. Ich geh jetzt erst mal nach Hause oder am Strand. Lass mal den Strand treffen. Und hoffen, dass die Stange nicht wiederkommt. Ja. Aber hier ist zu gefährlich, jetzt erst mal. Ist zu gefährlich. Ich hab auch mehr Zeug jetzt. Ja, jetzt nur ein bisschen Holz hier. Können wir eh Holz hacken? Komm nicht zu mir. Ja, ich will gucken, wo es hier hinten ist. Ich will gucken, ob es wert ist, ob man da hinten hingeht. Weiß ich's meine, dass man da schauen kann. Ich hab grad Angst, dass hier irgendwo wieder ein Raptor läuft. Okay, ich dachte, das wäre eine Stange. Ist aber keiner. Hier sind richtig viele Dings. Ich hab grad geforts, wo ich erschrocken habe. Tops, du bist so. Ich bin da, wo ich hin wollte. Komm mal zu mir. Das ist ein riesiger Alpha Dings. Ich glaub, da gibt's einen Weg nach oben. Ich hab nämlich gesehen, nee. Ich glaub, da gibt's einen Weg nach oben. Wenn wir in den Wind. Komm mal zu uns, würde ich sagen. Wo bist du, bist du, bist du. Das ist ein Dino, der schaut aus wie ein T-Rex. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich glaub, dass die Lässt mich in Ruhe. Ob es das war letztendlich an Ort suchen, Tobias. Ja, ich wollte nach einem Ort suchen, aber das ist halt ein bisschen gefährlich. Komm mal zu mir. Am Strand. Gibt's genügend? Ich glaub, ich glaub jetzt nicht wieder in die Viecher rein. Gibt's schon mal gestorben? Ich wollte so weiter oben mich platzieren, weißt du? Ja, aber das geht. Schlange. Ach du Kacke, da hinten hab ich grad gesehen, wie die Viecher einen so dahin gerafft haben. Das ist so ein Alpha. Du weißt schon, dass diese leuchtenden Viecher Alphas sind, ne? Oh oh. Ich glaub, äh. Also die... Oh. Ja, das ist die... Die Viecher, die uns eben... Deswegen sind... Deswegen sind... Ist das so ein Fliegfee? Was bist du? Wo ist es so ein... Ich weiß nicht. Irgendwas sitzt da. Am Strand, wie gesagt Strand. Äh, welche Richtung? Strand rechts oder von links? Äh, von vorne zu Hause, rechts. Also gleich schlechter Platz. Ja, da vorne rennst du. Seh' dich nicht, Jörn. Wie kannst du mich sehen, aber ich dich nicht? Ich seh' da ganz, ganz... Ja, war lang, lang am Johnny. Hier bin ich. Jörn. Bei die Bäume. Bist bescheuert. Bei den Bäumen. Da. Irgendwo. Da hinten ist der Alpha. Was? Bin ich auch vorbeigereit. Aber hier ist ein schlechter Ort. Lass ihn weiter links gehen. Ah, da seh' ich dich. Da oben, schaust siehst du das? Da will ich irgendwie hoch. Aber wenn wir Glück haben, Jörn, können wir den Alpha killen und dann leveln wir ab. Da kommt der hoch. Können wir ihn anlocken. Aber ich... Können wir ihn anlocken? Ja, nein, ich spiel' nicht. Äh, nee, ich spiel' nicht den Anlocker. Komm, Jörn. Sei, sei, sei so, blieb. Das muss jetzt erstmal irgendwie hoch. Dann kann ich ihn anschießen, immer toll. Kommt der hier hoch? Ich denke nicht. Und naja, nicht jetzt. Wo ist der Alpha? Ich seh' kein Alpha. Da hinten, dein Dingensens. Äh... Ich probier' ihn zu schießen. Ich probier' ihn abzuschießen. Ich seh' ihn nicht mehr. Er ist genau hinter dem Baum. Nein, nicht jetzt, das Erdbeben. Darf ich ihn? Also ist das Erdbeben gleich aus. Ich, ich, ich. Ja, okay, ja. Warte mal, ich muss kurz gucken. Warte, kann ich vielleicht eins weiter vorne? Ja, hier ist, glaub ich, gut. Ich muss nämlich gucken, dass ich mir noch genügend... Ja, komm, der kommt jetzt definitiv hoch. 100 Prozent. Nee, du hast ihn nicht angelockt. Du hast ihn nicht angelockt. Der interessiert sich grad nicht für dich. Was? Oh, oh. Ich hab' mir grad' meinen Bogen gehauen. Jetzt ist mein Bogen kaputt. Äh, okay, Jörn. Wenn du das unbedingt machen wolltest. Tops, ich... Äh, ich hab' keinen Bock auf'n Raptor. Äh, auf'n Alfa, mein' ich. Lass uns mal nach Hause gehen und die jetzt irgendwo ein Holzhaus bauen. Komm, 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 komm. Mom, 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 mom. Schade, schade, schade. Pass auf, dass hier nicht irgendwo einer Dings ist. Eine Schlange. Flange? Underwater. Flange sind absolut ekelhaft. Sei einfach unfair, dass sie sich einfach in den Boden graben können und einfach bei dem Tod bekämpfen. Ich geh' unter Wasser. Du, äh, du bist sehr heiß. Ich soll's an einen coolen Ort gehen. Ja. Oh, ich bin Level ab. Ich nicht. Das Level bis zu welchem Level bist du? Wicht. Ich bin Level 16. Ich bin Level 15, glaub' ich, oder? Ja, Level 16 bin ich jetzt. So, kann ich jetzt irgendwas Gutes machen? Bitte sagt, dass ich Level 16 bin. Ich bin Level 15. Ich bin Level 15. Wegleiter, einfach Strukturen hoch oder runter zu klettern. Ja, nice. Um bestehende Strickleitern zu verhängen. Schlange, oder? Was ist das? Ne, oder nur Schatten. Ich glaub' nur Schatten. Oh, ne, Teleportum. Da oben ist so ein blaues Teil. Lass mal da hochgehen. Da oben war es. Glaub' ich mach' das erstmal die Leitern, will ich gucken, ob das... Wenn das funktioniert, Alter, dann wär' das das Beste, was es gibt, Alter. Warte. Ich mach' jetzt kurz mal... Ich mach' mal kurz die, die, äh, Leitern, weil da können wir uns nach oben bauen. Dann könnt' die uns erst mal gar nicht die ganzen Viecher. Schlange! Da ist auch direkt rein in die Richtung, wo die war. Ich dachte, es wär' so ein... Schlange? Oh, da war... Da war... Ich nehm's zurück. Topst, topst, ich nehm's zurück. Schlange, du bist sehr toll, bitte verfolgen... Die Schlange verfolgt mich nicht. Gleich kommt sie und sie und sie hinter mir. Dann war's ein Teil, das sind irgendwie nur die Szene oder so rausgeschaut, ich bin hingegangen und so... Auf immer hüpft sie raus. Ja. Ich brauch' jetzt irgendwo ein Holzhaus-Tuss. Ich brauch' jetzt einfach Holzhaus-Tuss. Leiter, was zur Hölle, wie viel kostet das? Kostet ja richtig viel. Äh... Am ich's eh genug-Tuss? Ja, warte, äh, was hab' ich denn alles, was... Was wiegt denn bei mir so richtig viel? Das kann ich rausschmeißen, das kann ich rausschmeißen. Was bist du? Irgend'n Dino ist bei mir. Ich bin Tobias. Ich bin gerade, uh, großen Berge runtergesprungen. Das war auch direkt am Strand bauen, oder? Äh, warte kurz. Ich muss kurz schauen, wie ich das jetzt mache, weil... Aussie kostet das irgendwie mehr, als das irgendwie wert ist. Wollen wir mal am Strand bauen, Björn? Ja, am Strand bauen. Mach' so'n Boot oder so, oder? Oder wie, warte mal, kann ich das Boot schon machen? Wenn ich das Boot machen kann, das wär' da legit mega geil. Warte, äh, ist ja gar... Kannst du? Kann nichts, nein, oder? Kannst nicht machen, nee, warte, auf welchen Level ist denn das? Äh, dann lass' ich hier am Strand hängen, wo bauen Tops. Ja, wo bist denn du? Am Strand. Ach, echt, Björn? Ja, du bist, du rennst gerade Richtung... Doch, ich kann Holzfluss machen. Ich kann Holzfluss machen. Ja, mach Holzfluss, mach Holzfluss, go, 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 go. Nice. Aber Tops, dann würde ich sagen, was war's mit der Folge. Das machen wir in der nächsten Folge mit der Holzfluss, verstehst? Ja, das würde ich halt auch sagen. Björn stinkt. Ein Tops stinkt auch. Was haben wir heute... Ja, warte, 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 warte. Was haben wir heute gelernt? Ähm, Schlangen sind böse. Ja, Schlangen sind böse und Björn ist ein Tops. Und, äh, ja, und sie greift nicht auf. Also von daher, ja. Ja, Tops, dann würde ich sagen, was war's mit der Folge. Last'n Like und Abon da. Ja, schlaf schön, träumen mal schön, gute Nacht. Ja, ciao. Ciao.